Ich nehm jetzt auch auf. Scharfschütz und reippen. Sicher. Meint, ich hab ein Radar da dran. Das hätt ich da sagen können. Nein, zwei. Ja, einen hab ich abgestochen. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Genau. Ich hab gar kein Recht. Nein, ich hab gar kein Recht. Oh, du bist weg. Fick dich. Hinter dir. Welcher Idiot macht zu? Ja, sehr nett für das Warnen. Das hat einem nichts gebracht. Ein Clued K41, okay. Nein, du lebst nicht. Ja. Wie aufgeschaltet. Achtung, hinter uns kommt wieder einer. Den hab ich nicht mitbekommen. Ja. Hast du ihn? Nein, der geht nicht durch. Der kommt von da. Ja, hab ich. Ich hab den hinter dir weggekommen gerade. Ja. Ich schau da links. Oh, pass auf. Achtung, da ist noch einer. Da oben. Jetzt bin ich auch tot. Warte, ich geh hinter dir. Weg. Mach. Pass auf, da kommt einer. Da ist einer. Zwei sind drinnen. Wir haben die Führung verloren. Ich hab einen gekriegt. Ich hab auch einen bekommen. Dann bin ich gestorben. Ja, hab ich mit Wurfmesser. Warte, kannst du mir sagen, was sie sind? Ja, einer ist in Wurfmesser. Ja, und zwei sind bei mir hier oben. Ja, ich geh jetzt in Wurfmesser ein. Na ja, ich komm auch. Wir liegen in Führung. Okay, nein, es ist kein Wurfmesser. Ich hab alles doppelt in Zweifel. Wieso? Ich hab acht, vier. Ich geh jetzt nicht auf den Zweifel. Neun, vier ist sogar besser als in Zweifel. Ja, komm. Jetzt kommen wir mit dem Wurfmesser. Ich hab ihn. Ja, F***, ich steck genau vor meinen Augen an IMS hin. Pass auf, nicht rein, nicht rein, nicht rein! Ja, ich hab's überlebt. Was ist hier? Ja, eine ist drunken drin. Zwei sind drunken drin. Ja, das ist drunken drin. Ja, ich hab's überlebt. Ja, warte, 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 warte. Hinter uns oben. Was ist hier, wo ich bin drin? Das ist vorne, Habe. Das vorne ist nicht unten. Da ist keiner unten. Ja, jetzt nehmen wir. Die sind jetzt wieder auf der anderen Seite. Die sind genau auf der anderen Seite vom Kult, da wo du gerade reingegangen bist. Ja, da kommt jetzt einer vor dir. Links! Ja, Schrotzen, komm! Der hat einen Schrotzenunterlauf bei so auf der... Nein, hat einen Müller. Ja, der ist mit dem Müller... Boah, mit Rakettenwerfer. Oh, er hat sich selber umgebracht. War wahrscheinlich genau vor dir. Äh, warten, ich geh ab, da ist einer. Ja, das sagst du mir immer zu spät. Sch... Mit Rakettenwerfer ist unten. Feindliches Abkommen gesichtet. Und da nur. Vorbereitung! Vorbereitung habe ich schon. Ja, einer kämpft die ganze Zeit unten beim Haus vom Tunnel auf der... Also im Haus beim Tunnel, ja. Mhm. Einer habe ich gerade noch wegholen können, bevor er reingangt ist. Nein, ich spiele jetzt mit der Schrotzen. Ganz mutig, ja. Ja. Das ist ein Heli belockt. Vorbereitung! Ich bin mir so ganz mutig. Ja, auf Entfernung kannst du mit dir nichts machen. Ja. 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 Soviel kann man da hin, beim Dunnel. Ja, sonst kann man sich ja Wurf mal aufnehmen. Ich nehme dir meinen Ripper wenn du brauchst. Fuck, ich griff einfach noch, die Runden werden alle aufgenommen, also hochgeladen, die ist super, die ist super, 17 Runden, die Runde ist hier voll super, die Gefahr, wir sind da rechts am Techl, du sagst es immer, wenn sie mich abschießen, ich habe alle beide mehr so gut, toll für dich, aber nicht für mich, ey, jetzt f*** ich den aber, Schwester, ey, den wollte ich gerade absnappen, Pussy, scheiße klappen, ich sehe da zu mir korn, oben ist einer, der kommt hin zu uns, der bin ich schon da, ist tot, okay, einer kennt genau auf der anderen Seite im haus also ich sehe ihn am radar es sind zwei trennen also er mit seinen haus acht und vier mitte 13 10